Moin! Moin! So, was sagst du denn über Deutschland? Wir kriegen heute die Fresse von Japan. Die kleinen Japaner sind kifftig und gallig. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Ich seh jetzt maximalen Unentschieden. Eher noch, dass Japan uns heute holt. Spielen da eigentlich noch ein paar von denen, ich weiß gar nicht wer bei den Japanern da spielt. Spielen da noch ein paar von denen, die man kennt? Kyotake oder Sakai oder so? Bestimmt, guck mal im Kicker. Vielleicht kann es ja unglücklicherweise jetzt nicht. Der ist doch eigentlich noch in der... Der ist doch eingenommen bei der... Der ist ja noch jahrelang. Und dann die haben wir auch aufgestellt. Ein neues Handy. Ein neues Handy vom Galaxy. Funktioniert ganz gut. Die funktioniert ganz gut. Ich bin zufrieden. Ja, auf jeden Fall. Achso, hast du dir kein Xiaomi geholt? Nee, Samsung. Ich bin bei Samsung. Das ist schön, Samsung. Ich habe ja ein Xiaomi. Ich bin da voll zufrieden. Bei Xiaomi hast du halt eben die Chance, für wirklich gutes Geld eine Ausstattung zu haben, was iPhone für 1.700 Euro verkauft. Also, das läuft dann schon. Ist das bei Samsung? Nee, Samsung ist ja auch gut. Da war ich ganz, ganz lange. Da war ich seit Anfang an. Hier ist die deutsche Option, aber das wird gar nicht. Verstehen im Tor. Ja. 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 Das kann man mal machen. Ja. Ja. Ich habe dreimal am Tag Nachrichten, dass mein Handy gefunden wurde. Meine Filme. Und? Ich habe es aber nicht gesucht. Ich weiß nicht, wo ich es muss. Das ist komisch. Ich weiß nicht, wer das ordentlich ist oder so. Ja, Moin. Hallo, Vicky. Eine neue Nachricht. Das kommt hier. Ja, wer dabei ist. Was macht der denn gerade schönes? Ja, wir zeigen mal, wo wir sitzen. Und wir müssen einmal die Kamera wechseln. Kamera wechseln. Kamera wechseln. Bitte schön. Hier könnt ihr mal sehen, wo wir sitzen. Wir haben noch keine Getränke. Wie sehen wir uns da? Einmal die Leinwand, wo wir sehen, was wir nicht sehen wollen. Achso, Getränke kennen wir noch nicht, weil wir haben noch nicht geguckt, wo wir Getränke finden. Denken wir schon viel. Hier ist der Bier, es gibt hier einen Bierpass. Ja. 10 mal 0,5 Zahlen. Das ist doch geil. Und eine mittlere Verlosung. Und eine mittlere Verlosung von 100 Euro. Gib mir die 100 Euro so. Ohne die Verlosung. Wäre mir auch geil. Ja, die zeigen. Hast du nicht Fikat gebraucht? Ja. Ich hab noch gar nicht, ich hab die meisten davon nicht verliebt. Ich hab noch immer Torladen verliebt. Ah, das ist ja... Soll ich mal kurz den Fikat sehen? Ja. 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 Jetzt labern wir erstmal die Nationalhymne. Wir können nicht singen, deswegen lassen wir es gleich. Wer sagt das, wenn wir singen können? Ich, weil ich es von mir weiß. Also ich muss einmal die Woche singen. Bei deinem Kutting, oder? Nein. Bei der Arbeit. Oh. Wir haben doch unsere Gesangsgruppe mit unseren Senioren. Oh ja, okay. Ja. Und so sind wir mit unseren Senioren. Macht Spaß. Wir sind zwar nicht, aber... Erinnert sich dann keiner mehr als Spieler. Äh, wo kann man gucken? Das kann man... Das Spiel kann man auf RTL gucken. Im Free-TV. Da kommt mir bekannt vor. Ja. Ja. Ja, Fahle. Äh... Der blonde. Oder wie heißt der? Sakai. Ne, blond? Guck mal. Schön geflplatzt. Haben sich natürlich ordentlich gekleidet. gekleidet. Ja. Passend zum zu One Piece Realverfilmung. Ja. In Japan in Japan One Piece ist in Japan durch die Decke gegangen. In 80 Ländern auf Netflix. Das muss man auch erst mal machen. Hast du es gesehen? Ich habe es gelesen. Gesehen noch nicht. Kann ich ja nur empfehlen. Der Christi, der große Angelegenheit findet, ist wirklich eine gute Realverfilmung. Und wir hatten so viele beschissene Realverfilmungen im Angelegen. Ich sage nur, Drangle Evolution der schlechteste Film aller Zeiten in History. Niemals ein Filmfilm des Chesslers als Film oder Evolution. Okay. Niemals. Ja, das mag wohl sein. Das mag wohl sein. Hast du den gesehen? Ich habe sehr schlechte Resonanzen darüber gelesen. Gott, das war eine Vergewaltigung von einem genialen Anime. Ja. Man hat auf alles geschissen. Ja. Der Mangaka der wollte daran mitarbeiten und man hat ihn komplett iteriert und auf alles geschissen, was das Werk auskommt. Ja, das ist schlimm. Das ist schlimm. So eine Scheiße. Ja, klar. So. Was Sturm? Haver. Haver zum Sturm. Kann man mal machen. Ich weiß nicht wie es aussieht. Ich arbeite auf der Zähne. Juni. Ein bisschen Tova Boa. Ein bisschen spielen. Ein bisschen Spaß haben damit. Ja. Mal gucken, ob es auch was bringt. Ich würde uns mal was zu trinken haben. Was möchtest du? Ja, du weißt ja, was ich jetzt trinkt. Pulasou oder? Ja, genau. Oder auch mal was aus. Ach, ich bin mit der Pulasou sehr zufrieden. Erst mal was getränkemäßig holen. Sonst macht es keinen Spaß. Stolz einfach. Stolz einfach. Die deutsche Nationalmannschaft. So. Da wird man sich auch ein Blick auf die japanische Nationalmannschaft. Ich sage, dass die China in der Verteidigung nach was sei. So ein Kamala aus dem Landparkfaktor. Wir gehen nur aus seiner Frau wie Stuttgart jetzt in Liverpool. Aber der 7er. Nächsten aus dem Todmarschleben auf der Insel. Bei Bayern. Das ist der Jean-Baptop. Der schwärster beste Fußballer. Auf jeden Fall einer der gefährlichsten. Einer der spielstärksten drei der Wehrfahrer. Irgendwann gleich kommt aus Portugal. Aber auch wie Ero. Wie Maga. 25 Jahre. Ist der Alt. Und einer der schon auf uns für ihn ist. Mit Karten. Ist der dritte Zeit an der Hochmasser Internationalen. Auch für die Zeit. Auch für System Referee ist hier am Start. Und dann mehr. Schau mir drauf. Achsel. Unser Maximaltrück. Die deutsche Bundeskanzler hat schon für Hans-Effek. Und auch. Schau. 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 Jawohl. Heute in Wolfsburg und am Dienstag in Dortmund. Da ist er das letzte Mal in Wolfsburg. Ist auch ein Tag länger her, ne? Ich war mal beim Auswärtsspiel da. Da haben wir schon die vierte Woche vorgegangen. Ich glaube, wir haben 14 Uhr gewonnen. Husti, Junge. Sobirch hat noch ein Tor gemacht und Husti hat vier Tore vorbereitet. Sobirch und Husti. Husti hat vier Tore vorbereitet, jedes Tor vorbereitet. Möchtest du in die Annalen der 96-Geschichte gehen? Ja, aber da war ich in Wolfsburg das letzte Mal. Ja, das kann gut möglich sein. Da war ich das letzte Mal in Wolfsburg. Was? Wie viel Energie hast du in Rise of Kingdoms? Spitz was? Was? Wie viel Energie hast du in Rise of Kingdoms? Ich fiel leider kein Kingdoms. Ich auch nicht. Nee, wir haben... Du kannst Candy Crush haben und ja, ansonsten hab ich nichts. Ich zocke Fifa, wenn das heißt. Ja, Fifa. Das könnte bei mir auch sein. Fifa ansonsten nur... Aber nicht auf dem Handy. Sondern auf der Konsole, ne? Auf der Konsole. Ja. Ansonsten nur Storygraphs. Überall. Das hatten wir eigentlich nur Storygraphs. Nee, Rise of Kingdom kenne ich, aber ist nicht mein Thema. Das ist leider viel zu wenig. Es gibt leider viel zu wenig gibt Storygraphs. Hm. Ja, sowas wie... Ja, oder, oder... Oder der Ladebalken bewegt sich 10 Jahre nicht. Oder so. Weil das Spiel so brechenvoll ist, dass der Computer aufgibt. Oh, Tor. Fast ein Tor. Den hatten sich die Japaner versetzt. Naja, ein Tor macht mehr Spaß, ne? Ich bin jetzt mal am gucken, wegen Essbarem. Was hast du denn heute schon gemacht? Ein mehr gehabt, so Chili con carne. Oh, ja. Das hab ich die Woche über. Aber das hat rein gemacht. Ja, das knallt gut. Ja. Das tut sagt gut. Vielleicht später noch was. Ecke Deutschland. Kopfball. Und schöne Rückgabe zum Tor. Die Japaner sind ja noch besonders groß. Der Tor wird auch. Das sind ja die kleinen Techniker. Hm. Was macht ihr denn da draußen gerade? Wo kam ich hier denn? Guckt ihr auch Fußball oder seid ihr zu Hause? Ja, genau. Wo seid ihr? Wer macht was? Und wo seid ihr? Lara. Hallo Lara. Moin Moin. Also Fußballfan. Du tust beziehungsweise Pizzer hier haben wir. Also Lasse. Also Sascha. Dietmar ist auch der Mann. Dietmar, cool. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Und jetzt kommt, da ist dann lieber die rechte Seite. Das ist ja noch ein Falschglas. Und dann ein Falschglas, der sich gefücken wurde. Und dann ein Falschglas, der sich gefücken würde. Ob ich mir eine Pizza Thunfisch oder eine Pizza mit Chambi aufnehme? Noch weites können wir noch weites. Machen die das, eine Kombi? Stimmt. Ich weiß aber nicht, ob Pizza sein wird. Ansonsten nehme ich eine Portion. Du musst bedenken, diese Pizzen. Letzte Mal, ja. Wir sind super klein. Ja, ich weiß. Ein nach einem weißen. Ja, natürlich. Ich bin auch am überlegen, ob ich... Ein paar Pommes? Willst du Pommes haben? Nein, im Moment will ich gar nicht. Eine Klaugenbrezel oder eine Käsebrezel? Wollen die Japaner kommen? Kein Japaner jetzt. Obwohl es denen zu gönnen ist. Ja, ich weiß jetzt. Bei unserer Leistung von Deutschland haben wir ja nicht viel zu erwarten, ne? Ich mag Japan. Ich liebe die Essenskultur von denen. Nein. Nein. Hier ist alles. Ja. Wenn man seinen Hunden so was geht. Äh. Bei dir ist alles. Japan ist eine andere Kultur. Das kennen wir hier nicht. Ein Bekannter von mir, der kommt aus Raffin. Ja. Wir sind früher oft in die Heimat gefahren. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wir sind in der Heimat gerne Kugelfisch gegessen. Ja, kenn ich's. Hochgiftig das Zeug. Aber in der gewissen Art und Weise nicht. In der richtigen Zubereitung. Nichts. Nichts. Für eine Spezialehrer. Es kommt immer wieder vor, dass ich bald zubereiten werde. Ich würd's nicht riskieren. Soll aber eine absolute Delikatesse sein. Brauch ich nicht. Na? Na gut, dann bist du halt so. Ach so, für den letzten Mal zu. Brauch ich nicht. Henkersmahlzeit. Bereite ich mir meine eigene Henkersmahlzeit zu? Was würdest du? Na gut, jetzt haben wir eine Frage an die T-Shirt. Wenn es in meinem Zimmer hängt das Mahlzeit nicht. Ich gleich? Okay. Hallo. Der junge Mann holt sich ne Pizza. Da drüben ist die, ne? Da geh ich hin. Ach so. Da kann's auch. Ach so. Oder doch ne Brille, so wie es aussieht. Na ja, Japan hat grad ne Ecke. Und ähm. Tja. Jetzt hört das an. Zum Glück war doch. Ja. Kopfabgelenk. Ja. Abschluss, aber drei Meter rüber. Hallo, hast du? Hast du? Hast du? Hallo, hast du? Ja. Also ich fänd's gut, wenn jemand ein bisschen schraubt, dass ich sie macht. Wie kann ich das jetzt? Ähm. Wurde neulich ausgeraubt. Warum ist sie nicht voll? Wenn wir darauf zurückkommen, werde ich es ihm erzählen. Ähm. Ja. Ja, eigentlich ist es den Prologs in den Lösen. Drei. Das sind immer in der Schale. Ja. Das ist immer ein Spiel. Das ist immer ein Spiel. Das ist schon immer da ziel. Das ist doch auch in den Pfädel. Ja, noch mal eine Basis ist schon mal geschafft, und ein Jahr, bis heute ist es auch, für weitere Teile. Hallo Resko, hallo Kevin, Chevin, Zivin, Zivin, zweimal was zu essen und noch ein Restgeld. Hast du gleich weiter gekauft? Ja, ja klar. Dann geben wir einen Appetit. Ich hab's heute keine Antwort, oder? Doch. Ja klar. Äh. Was? Radwurst mit Kettorysalat. Ah. Oh Mann. Schön. Und Japan kommt. Aber 2. Bei ich sehe eine schöne Seitenverleihung, der Japaner. Jetzt kommt vielleicht der Doppelpass. Nein, noch nicht. Dank in den Schachrohmann Tor. 1-0. 1-0 Japan! Japan, super! Vielen Tor! Jawoll! Ja! Elfte Minute. Habe ich so gedacht, der war drin. Ich dachte, der wäre vorbei. Ich dachte, der wäre vorbei. Aber war das noch drin? Nein, ist schon vorbei. Und die Box-Gesetzung ist auch gut. Der ist gut reingegangen. Guck mal hier. Ach, die Wiederholung zeigen wir nicht mehr. Das war schon wieder. Itho, der kommt mir raus, die Bekannte. Ja, nur ein Itho. Der kommt mir sehr bekannt vor. Ja, nur ein Itho. Ja, es ist... Der kommt mir sehr bekannt vor. Es gab viele Ithos, glaube ich. Und das ist, glaube ich, in Japan ein heutiger Name. Da kommen wir nicht mehr so vor. Also, wie geht's denn aus? Was meint ihr? Habt ihr Tipps? Was sind dann eure Tipps für dieses Spiel? Ich sage, ein schönes 3-2-1 für Japan. 4-1. 4-1? Wir haben nichts drauf. Guckt ihr das an? 3-1-4-1-2-3-1. Wer denkt denn, dass die deutsche Mannschaft gewinnt? Denkt das einer von euch? Ich meine, da machen wir mal was. Da machen wir mal was draus. Was machen wir draus? Umfrage? Kann man machen. Nein, ich muss das nur einstellen. Nein. Sorry. Also, die Quotenlegenheit laufen noch mal. Wir haben eine Quote für den Deutschen liegt 1,9. So optimistisch, weiß ich nicht, woher die den Optimismus nehmen, aber... das ist ja schon mal einstellen. Da sind die Zentren, die Menschen fliegen. Ja, das ist ja schon mal der Bauch. Alles, ja, ich bin der Bauch. Also, die Hühner sind ja auch schon mal der Bauch. Der Ausrichter aus Hulz. Ich bin der Arme auf den Beformmann. Hulz gegen 2 und 3. Aber holt ihn nochmal zurück. Die Umgängste sind auf dem zweiten Mal entgegen. Wir haben da noch so. Diese Bindex sind komplett arm. Wir haben süß. Wir richten mal rein. Wir haben am Arm und die Flüsse. Ich schaue da weg. Das ist immer toll. Das ist einfach. Das ist einfach. Ich spiele mich für die Flügel. Ja. Das ist auf meiner Seite. Das ist gut. 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 Und das zeigt so doll. Nee denn nicht. Wir haben das abgefangen. Gut. Gut. Wer freut sich denn auf dir in der Welt? Da wurde der Rekker gespielt. Sie sind noch an der Reihe und nach Ball gewinnen, wenn die Zielengels nach vorne zurück geht. Jo, die Entstehung gerade zum Trecker-Seitenwechsel. Hier hast du diese Leise-Eise-Kaustür, das Rekker 2 auf der rechten Seite, und das Frieden ist die Idee von der Mahler, die sich an der Mahler mitbezogen werden, um die Mahler einzusetzen. Aber es ist kein Spiel. Dieser Moment, wo das Rekker ist, ist sowieso der Rekker. Das, so ist es das Einmal von der Rekker. Gengenehm, die kommen jetzt an. Ach, das wars. Okay, das war's. Ach, das war's. Mach das mal, was ich sicher? Ach, das war's. Aber das war's. Ach, was das mir war's. Dich du an? wie in der Laufkunde aber gar nicht ohne Segel sitzen. Die Laufkunde, das war recht. Es ist... Boah! heißer bürger grün glück glück fern glück blütt glück 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 Dann gerückt alle ein nach links. Ich habe mir den nächsten Abschluss gesendet. So, wer gewinnt denn heute Abend? Könnt ihr mal abstimmen? Ja, Raffi. Kannst du mal deinen Jürgen sehen. Dumm geschwätz ist das. Ja, genau. Sieben kommen, Kai, Sie setzen. Ja. Oh, die große Schatz für die deutsche Mannschaft. So, Deutschland 1-1? Naja, wenn es ein Bayern-Honey wäre, dann wäre es ja wenigstens immer so. Aber gut gemacht? Ja, der hat tatsächlich mal ganz gut gespielt. Nur leider kommentiert heute irgendeiner von RTL statt Wolf Hust. Ich freue mich, dass wir morgen noch in der Welt sind. Ich gucke mir morgen Basketball-WM an. Ich denke, das wird nur uns übertragen. CDF? Aber das gegen USA haben Sie nicht übertragen, oder? Magenta Sport. Das gegen USA haben Sie aber nicht übertragen, oder? Nein, Magenta Sport. Das war ja eine Sensation. Ich habe das nicht mitbekommen. Ja. Eine Sensation. Gegen die USA haben wir uns durchgesetzt. Ja. 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 Zumindestens das, was ich abmachen kann. Ja. 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 Die Japaner kommen schon gut aus? Die Japaner kommen schon gut aus. Ja. 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 Top. Top. Ja. Ja. Was ist denn jetzt los? Ja. Ja. Japan und Japan. Schöne Kombination. Japan rastet aus. Tja. Und Deutschland zeigt mal wieder, was wir nicht können. Parteidegen. Parteidegen können. Wie lange bleibt denn der Frik noch drin? Ich glaube, der DFB wartet doch die EM ab. Ein richtig schöner, ausgeschüttetes Tor. Schöner Fußball. Wenn du als Heim-EM-Sieger werden willst, kannst du das in der Vorbereitung nicht zeigen. Sieger? Ich dachte, wir wollen ein Forum, die wird stehen. Das ist das große Ziel. Man muss aber realistisch bleiben. Ja, wenn wir diesen Sieger. Man muss aber realistisch bleiben. Naja die Realität sieht das aus. Und die Vorrunde überziehen wäre schon mal was Gutes, gell? Schön in der Gruppe mit Nordmarcedunien, Finnland. Und Nordmarcedunien kommt ins Halbfinale. Und wir kacken in der Gruppe ab, ey. Ja, genau. In Norwegen ist gar nichts dabei. Haben Sie sich qualifiziert? Heute sind noch Qualifikationsspiele gewesen. Was ist noch? England musste sich auch noch qualifizieren. Soll ich noch qualifizieren? Oder müssen wir noch spielen? England muss. Wir sitzen ja nicht mehr im Europa-Block drin. Haben ja Europa-Nein-Danke gesagt. Die mussten heute gegen, ich glaub, die Ukrainerinnen. Haben sie gewonnen? Ich hab, äh, nicht ganz was. Herr Volk ist im internationalen Flugzeug. Naja. Also ich geh zu keinem Friseur. Ich hab den Friseur nämlich zu Hause. Mein Friseur heißt Mama. Und die Japaner kommen zum Mittag gefährlich, aber hau zu. Taktisch. 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 Gelbe Karte. Deutschland. Nee. Haare schneiden tut meine Mutter mir. Weil sie tanzt. Ganz früh hört meine Mutter mir auch mal an. Ja, ich spare mir da jedes Mal 27 Euro. Wie kostet das heute? Bei uns schon. Ja, danke. Ja. Bei dem Wetter sehen die Haare immer beschissen aus. So gut. Vielen Dank fürs Vollen. Danke. Leon auch. Super. Ah, cool. Ja. Vielen Dank für dein Follow. Ja. Gerne. Und, ähm, nee. Wenn du jemanden mit Geschick zu Hause hast, dann wär's zu überlegen, dass du das wirklich zu Hause bei deinem Kumpel oder so machst, der das gut kann. Weil da sparst du dir an einem verflugt viel Geld. Ja. Und es sieht nicht schlimmer aus, als es vorher war. Achso. Jetzt guckst du bei wem's? Ja, ich guck mal. Bei Lukas, der Wette ist jetzt so gut. Zippikuch? Nee, ja. Sport? 888? Ähm. Jetzt muss ich bald noch Placement einblenden, weil ich sämtliche Sportanbieter nenne. Oh ja, das ist doch gut. Man muss ja verflugt aufpassen, wenn man irgendwo was sagt, mit Live und so, Werbung und so, da muss immer verflugt viel aufpassen. Wenn du im Social-Media-Kreis bist, hast du ganz, ganz viele Themen, wo du ganz schwer mit aufpassen musst. Da hab ich meine Gebührmarke von mir, Gilde. Ja, wenn die mal kurz zu sehen ist, ist das ja kein Placement. Wenn ich ein Video mache, nur mit den Gilden, dann müsste ich ja erwähnen. 19 Minuten holt meinen Gilde und sagt, das Gilde ist das Beste, wie auch gern das, obwohl ich das fast nicht trinke. Ja, und dann hast du Werbung gemacht und dann muss ich das als Werbung einreichen. Obwohl ich das so gut wie nie trinke, außer weil ich mal hier bin, weil nichts anderes da ist. Leon, vielen, vielen Dank für dein Lob. Bin ich toll. Gerne, du bist mir ein Sympathischer. Schaut demnächst öfters mal vorbei. Top, vielen Dank. Cool, Leon. Sehr gerne. Ja. Und wie gesagt, ich kündige ja die Lives immer weit im Voraus an. Ja. Und wenn du das dann siehst, dann darfst du gerne mal wieder vorbeikommen. Ja klar. Und auch sonst vorbeigucken bei dem Video. Na natürlich. Ist das andere nicht ausgeschlossen, ne? Gerne mal reingucken. Ja, ich kündige. Ich bin mal gespannt, wie mein neues Internet im Stadion funktioniert. Ich auch. Da bin ich mal bei eigentlich 5G. Habe ich auch. Ja. 5G habe ich auch. Also von daher. 5G, ich habe 50 Gigabyte. Habe ich auch. Ja. Eigentlich sollte das dann machen. Was bezahlst du? Ich habe einen Vertrag jetzt. Ja, auf deinem Internet. Was bezahlst du? Insgesamt habe ich alles bezahlt. 34 Euro. Bei wem bist du? Nein. Eins und eins. Ich auch. Aber ich habe 14. Aber ich habe das auf dem Telefon. Und das ist der konkrete Betrag, das ich mit dem Handy habe. Ach so. Das Handy habe ich dann mitbekommen. Okay, dann ist das klar. Das Handy hat er auch. Das Handy hat er auch. Das Handy hat er auch. вы doch im Handy und der südlich. Ehm. Ja. Das wollen sie mir dann nicht so kaufen. Ich habe zwar eine kleine Bargeldreserve. Aber die werde ich immer wieder durchschädig geteilt. Ja die ehm. Die rührst du so einfach mal nicht an. Nein. Ich verpack da jeden Monat mehr Summe jetzt auf. Genau. Ich verpack da jeden Monat mehr Summe jetzt auf. Ich habe Zweitekonto. Das wird direkt im Monat von meinem Gehalt. Die Sonne ist abgebucht und dann kommt natürlich eine kleine Sonne zusammen. Warum nicht? Und du musst ja heutzutage eine Reserve haben. Ja, sonst weiß ich ja nie was passiert. Dann kannst du plötzlich nicht mehr arbeiten. Oder wirst nachts überfallen und abgestochen. Und dann eine schöne Käselaugenstange habe ich. Ja, aber nur noch Käse. Ja, das ist der Rest davon. Und dann kommt das Highlight, nur noch der Käse. Ja, das ist dann nächste Woche Top-Spiel. Wer ist Top-Spiel? Nächste Woche Top-Spiel. Ich finde, solange das Wetter so schön ist, kann ich mir sagen, kann man gerne mal gucken. Ja, ja, natürlich. Nutze ich gerne. Was meinst du, das Zweitliga-Top-Spiel oder das Erstliga-Top-Spiel? Erstliga-Top-Spiel. Amt 20-30 wäre natürlich... Mhm. Danke, Leon. Schmeckt! Wollte wissen, was ich esse und... Was ess ihr denn gerade? Ja, genau. Ja, danke für... So gut. Ja, sehr gerne. Danke. Hat schon geschmeckt. Ich bin beim Highlight, dem Käse. Topspiel in der ersten Liga nächste Woche ist Frankfurt, Eintracht Frankfurt. Ja. Man kann ja mal gucken, welche Spiele laufen. Und vielleicht, je nachdem, kann man auch mal zum Erstliga-Top-Spiel spielen. Und was wir hier wahrscheinlich auch gucken können, ist Champions League Europa League. Ja. Ja, aber wir gucken uns tatsächlich mal sechs Minuten. Ja, bei nem Auswärtsspiel dann, ne? Mhm. Ja. Ja. Ja, das hätte ich auch mal gepackt. Ja? Ja, Alf... Ah, Alf. Alf, schönen Gruß auch in deine Abteilung. Ah, Alf, der auch so. Das ist schon cool. Hallo, Alf. Das heißt, der Auto... Ja. Alf, die Sendung. Kommst du daher oder schreibst du's nur? Ich hab's geliebt früher. Ich hab's geliebt. Ich hab's geliebt. Ihr habt das gesucht, doch die Blöden. Ja. Ich hab's geliebt. Ich hätte mir gewünscht, dass ich so einen im Haus hab. Wer hat sich das nicht gewünscht? Also jetzt meint das. Wer hat sich das nicht gewünscht? Ich hab mir das oft vorgezogen, dass das einfach wäre. Ja. Ja. Ganz geil, weil das war mit dem Verabend. Das war ja auch blöd. Das war ganz einfach für eine elektronische Kuppe, ne? Ja. Und... Überleg mal, was Tom und Jerry alles war. Ja. Man braucht gar nicht viel. Ich bin kein Freund... Oh, vielen Dank für dein Teil, ne, Leon? Danke. Super. Hat das live geteilt. Super. Ich bin... Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich bin heute zu Tage kein Freund von CGI. Das sieht oft scheiße aus. Star Wars. Das war noch... Das haben sie mit praktischen Effekten. Natürlich. Das kostet... Was haben die sie früher auch... Natürlich kostet das mehr. Natürlich kostet das mehr. Und natürlich ist das mehr auch von Ambigals alles aus. Star Wars, die alten Schöne, die neuen. Was haben die früher, wenn du dir die ersten Star Trek... Das war so, ich habe nie noch geschaut. Das war... Wie die... Wie die... Wie die früher die... Die Kulissen auch noch gebaut haben. Für Pappmaché und aus... 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 Dicken... Pappkartons... Haben die ganze Kulissen gebaut. Also ich fand das so sensationell. Und früher haben die allein eine halbe Stunde gebraucht, um das... Um zwei Tische umzubauen. Für eine neue Szene. Ich fand das so geil. Die Japaner kommen über die Außen. Flanke in den Strafraum. Wir haben... Deutschland verteidigt. Schöne Vorlage von der ganzen Mannschaft. Aber schön... Schöne Vorlage gegeben. Machen die Japaner nichts vor. War eine herrliche Vorlage. Ja... Wie soll der da noch was machen? Kommt der. War vielleicht ein bisschen überrascht oder nur. Ja... Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Was können wir damit tun? Sehr gerne. Sehr gerne. Natürlich das Weiterleiten ist natürlich auch ein Support. Vielen Dank dafür. Jeder Like auch. Ja, jeder Like. Alles gut. Wir sind dankbar. Wie viele Zuschauer sind? Wir sind 3, 4 Zuschauer, aber 521 Likes. Wahnsinn. Ja. Wir sind gut dabei. Und die Japaner kommen gefährlich? Schade. Leon, super. Hat live ein Like gegeben. Danke Leon. Ja. Sehr küchelig. Ja. Wer Top-Supporter wird, der wird eine Woche... wird bis zum nächsten Live in meiner Bio erwähnt. Also wer viel liked, wer viel mitmacht, der hat auch die Chance mit dabei zu sein. Natürlich, wer meine Wunschliste da oben voll macht, der hat natürlich bevorzugte Spielereien, aber auch ein Like hilft. Natürlich. Auch ein Like freut mich sehr. Ich sag immer, ihr könnt es machen, müsst es aber nicht. Natürlich nicht. Und ich bin gerne der, 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 der live geht. Ich hab das jetzt... Du hast jetzt... Ich hab da jetzt Blut geleckt. Ja, ich merk das. Ich find das gut. Mir macht's auch so. Also ich bin immer gern dabei. Wenn ich dabei sein darf... Ja. Warum sollst du nicht dabei sein? Find ich cool. Find ich wirklich cool. Find ich wirklich cool. Ah. Warte mal. Nee, das Spiel dürfen wir leider rechtlich nicht zeigen. Das ist uns leider rechtlich nicht erlaubt. Ja, leider. Aber Floku 400 Mal geteilt. Oh, das erste Geschenk. Leon hat uns ein... Das müssen wir mal machen. Das ist ein Univers. Ja. Warte mal. Vielen, vielen Dank für dein Univers. Das werde ich mir dann mal fotografieren. Und dann kommst du natürlich in die Story. Aber... Das Spiel live zeigen dürfen wir leider nicht. Das ist uns rechtlich leider nicht erlaubt. Wir dürfen das nur live kommentieren. Wir dürfen es dir live erzählen. Aber wir dürfen es dir halt leider nicht live zeigen. Vielen Dank, genau. Das Ziel... Wie gesagt, ihr müsst das nicht machen. Ihr dürft das gerne machen. Und ich freue mich auch über jeden Like. Über jedes Follower. Und das nächste. Vielen, vielen Dank für das Universe. Ein zweites gibt's. Was ist denn das Universe? Das zeige ich dir gleich. Warte mal. Wo haben wir es denn? Ja. Einmal... 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 Ihr könnt übrigens immer noch abstimmen, wer heute Abend gewinnt. Und haben wir schon... Wer abstimmen möchte, darf gerne abstimmen. Ja. Ja, natürlich. Als Supporter kommst du in die Story. Ja, natürlich. Als Supporter kommst du in die Story. Auf jeden Fall. Ja. Haben wir einen Grand-Jogen-Pass nicht gewinnen, der dir richtig ausgeführt hat. Ja, cool. Ich liebe solche Fehlplätze, ne? Ja. Vor allem, wenn du sie nicht siehst. Das erinnert mich so, dass... Ich hab mir ein gutes 96 geliebt. Ja. Hallo, Franzi. Hallo, Franzi. Eine Frau. Schön. Ja. Ich freu mich auch über weibliche Besucher. Auf jeden Fall. Ja, aber... Ja, noch eins. Cool. Und noch eins. Ey, möchtest du jetzt meine Wunschliste voll machen? Hallo, Charlotte. Moin Moin, Charlotte. Moin Moin, Charlotte. Ich freu mich doch selber warten. Japan kommt schon wieder nach vorne, also irgendwie läuft das nicht hier. Japan kommt gefährlich. Wir haben die 800 Likes geknappt. Oh, das ist gut. Ein bisschen fester und wir waren noch eins. Leon, die Mannschaft war mal besser. Ja, das ist richtig. Das stimmt. War mal. Wir haben am Anfang vom Steam gesagt, war das Anfang der 2000er, wo die mal gut waren? Wo sie mal gewonnen haben, oder? Tja. Ja, aber das ist irgendwie auch nicht mehr das, was sie mal waren, wirklich. Also das hat so Parallelen zu meinem, zu unserem 96. Seit dem Hochfahren war das bei 96 seit 2013 eine permanente Misswirtschaft. Ja. Und bei der Nationalmannschaft habe ich auch das Gefühl, seit 2014 geht es ab. Ja, das ist wahrscheinlich jemand, der noch live ist. in der Nationalmannschaft. Ja. 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 Drei, vier Minuten muss das sein. Ja. Toi, toi. Ja, Leon. Genau das. Seit 2014 habe ich das Gefühl, diese Mannschaft… Jawoll, komm! Los! 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 Da läuft allein auf den Torwart zu und… Ui! Er hält! Er hält! Er hält! Riesenchance nach wieder einem katastrophalen Abwärtschnitzer… Ja, der Abwehr-Schnitzer, das ist… …normal… Rüdiger! Jawoll, Rüdiger! Ob wir das nicht erwähnt hätten. Schlechter Pass zuvor. Und dann läuft er 1-zu-1 auf den Torwart zu und er bleibt lang… Rüdiger kriegt den Ball nicht mehr, also von daher… 1-zu-1 auf Steigen und er hält stark. Mal ganz ehrlich, die großen Spieler wie zum Beispiel so ein Thomas Müller… was wir früher noch in den Nationalmannschaften rumgelatschen haben. Das ist heute alles verweichlicht, alles runtergehoppelt. Das ist auch so gewollt. Anscheinend wollen wir das, weil wir wollen kein Geld mehr verdienen. Oder nur Geld verdienen und nichts. Wir wollen immer die Leben sein. Wir geben ja auch gerne. Das ist halt auch mit dem Jugendsport. Keiner darf mehr gewinnen. Ergebnisse werden nicht mehr gezählt. Es soll ja keiner benachteiligt werden. Bei den Bundesjugendspielen gibt es keine Gewinner mehr, damit keiner mehr diskriminiert wird. Die armen Kinder, die halt nicht so gut sind, die fühlen sich dann diskriminiert. Das ist einfach. Jeder Leistungsgedanke. Der muss aus unserer Gesellschaft kommen. Dieses Gefühl einer Mannschaft zu haben und jeder ist für jeden da. Das haben wir seit Jahren nicht mehr. Das ist wie du nicht. Wenn einer geäfft wird, dann ist das den anderen scheißegal. Weil meine Geldtasche ist ja voll. Dem seine kann ja scheißegal sein. Das ist das Schlimme, was ich daran so finde. Und wie noch alle trittest du? Das ist so peinlich, was wir hier in unserem... Das ist so peinlich, was wir hier haben. Und das deutsche Land... Ja, welches deutsche Land sind wir eigentlich noch? Also spielerisch, beim Fußball sind wir kein deutsches Land mehr. Das Geile daran ist, wir haben es seit Jahren geschafft, eine Mannschaft da hinzustellen, die nicht mal mehr fähig ist, eine Gruppenphase zu überstehen. Wo ist der Sinn dahinter? Was ist der Sinn dahinter? Kein Plan. Dann haben wir noch Kojoten und Kollegen da sitzen, die das entscheiden, die zum Teil nicht mal mehr wissen, wie Fußball läuft, sondern nur Papierkram kennen. Wenn ich einen Wirtschaftswissenschaftler an eine DFB-Oberposition hinstelle, der nur Zahlen kennt, der nur weiß, was 100.000 Euro heißt und was 2 Millionen Euro heißt, aber auf einem Spielfeld, wo elf Leute dieser Menschen rumlaufen, die das erwirtschaften, was er auf dem Blatt Papier stehen hat, wenn der davon noch nicht mal weiß, was der da vorne tut, was ein Torwart ist, dann tut es mir leid, dann ist der Mensch, dann arbeitet der an der falschen Position. Dann hat er in meinen Augen nichts zu tun, mit der Organisation einer Bundes-, einer Mannschaft, was ein ganzes Land reflektieren soll. Dann laufen wir. in das Solo der Japaner, jetzt Doppelpass, und so. Na, dann haben wir das nicht. Ich dachte, er kommt nicht. Wir haben noch die erste Halbzeit übrigens, das dauert doch nicht. Da hat der Deutschland mal richtig Platz in Kontern, jetzt ein Schorn zum Ausgleich. Nichts gibt's, aber gerade gar nichts. Schön habt ihr gesehen. Ja, die Japaner können ja Fußball spielen, im Gegensatz zu unseren. Der Rüdiger hat vorhin nicht mal den Ball gehabt. Wir müssten jetzt gleich, in die Halbzeitung, also halb ist die, also halb ist nur dreiviertel Stunde rum jetzt. Da gibt's dann vielleicht noch eine Minute Halbzeitpause, Verlängerung, und dann geht's in die Halbzeitpause. Ja, willkommen. Kürzlich, die Leute, die Mannschaft. Hallo. Und, Blumen, wo, wo geht's? Overload. Overload. Woher kommst du da hin? Ist das auch in den selben Karsten oder so? Kein Plan. Okay. So, Halbzeit, Freunde. Japan 4, Halbzeit. Halbzeit. Wir werden auch gewinnen. Japan 2,1. Jawohl, so wollen wir das doch. John. Spannende. Bis zum nächsten Mal. Und, bis zum nächsten Mal. Ja,